Stolz können die Herausgeber Sandra Rehl und Lukas Schmid verkünden, dass ihr Lokalmagazin 61 im April 2016 bereits seit einem Jahr geschrieben, gedruckt und gelesen wird. Im Jahr 2015 waren drei Ausgaben in Wattens, Folders und Umgebung kostenlos erhältlich. Die Ausgabe erscheint vierteljährlich und bietet durch ausreichend Exemplare allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Wattens, Folders und Umgebung sowie allen Leserinnen und Lesern ein Lesevergnügen auf höchstem Niveau. Das tolle und moderne Design spricht sowohl jung als auch alt an. Das Lokalmagazin bietet Einblicke in den Lebensraum, will die Leute informieren, aber mit Geschichten aus der Region auch einfach unterhalten. 61 hat sich zum Ziel gesetzt, die hervorragende Lebensqualität von Wattens und Umgebung aufzuzeigen, den Lebensraum gemeinsam weiterzuentwickeln und ihm durch 61 ein angemessenes Gesicht zu geben. Die neue Ausgabe wird ab 14. April 2016 in Wattens, Folders und Umgebung erhältlich sein. Auch wir wünschen dem gesamten Team von 61 alles Gute zum Einjährigen bestehen und weiterhin viel Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020